Es war ein Event. Es war ein großartiges Event. Es waren aus ganz Europa Intellektuelle, Künstler, auch gekrönte Häupter anwesend. Man musste das Publikum teilweise nach Hause schicken. Es war ein Schock für die Zuschauer. Es war ein überwältiger Erfolg. Es war wirklich im Kulturleben Berlins eine absolute Sensation. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020